Als Schüler bin ich auf der Ausbildungsmesse in Biberach gewesen und bin dann am Stand von Casparo hängen geblieben und war dann direkt vom Produkt fasziniert und dann hat sich das ganz gut von mir angehört. Die Produkte sind natürlich ziemlich cool. Pistenbully ist halt einfach was anderes und das ist meiner Meinung nach sehr viel wert. Ich habe Einblicke bekommen rundum in der ganzen Firma, die ganze Firma kennengelernt, aber dann als Maschinenbaustudent war ich vorwiegend natürlich oben in der Entwicklung. Ich habe dann speziell in der Praxisphase die Bereiche Versuch und Elektronik durchlaufen und konnte die Theorie, die wir im Studium hatten, dann in der Praxis umsetzen. Von der Montage im Lager, Produktion, Temperatur bis hin zur IT. Durch unseren Durchlauf in den Abteilungen gleich zu Beginn hat man sehr viele Gesichter kennengelernt und dadurch hat man sich schnell wohlgefühlt. Weil es einfach ein innovatives Unternehmen ist, das haben wir auf jeden Fall überzeugt. Ich freue mich schon auf die Zukunft und auf alle Herausforderungen, die da noch auf uns warten. Ich habe dir noch nichts vorbereitet. Ich könnte ja von jemand anders den Abschlusssatz nehmen. Was machst du jetzt? Weiter arbeiten. Weiter arbeiten. Berlusst ficar mit einem Instrument zu laut. Bitte sehr perturb. Per bị Untertitelung des ZDF, 2020